Jedes Jahr werden Millionen Kuscheltiere und Puppen hergestellt. Sie sehen perfekt aus und sie sollen Kindern überall auf der Welt Freude bereiten. Aber was passiert mit denen, die nicht ganz so perfekt sind? Willkommen in Uglyville, mein Freund! Aufwachen, Moxie! Ich glaube, dass es da draußen eine große Welt gibt. Und dort gibt es irgendwo ein Kind, das auf mich wartet. Aber in letzter Zeit frage ich mich, was wäre, wenn es diese Welt gar nicht gibt? Was sagt der Keks? Finde die Wahrheit heraus. Komm mit! Leute, da oben finden wir den Weg zur großen Welt. Und wie kommen wir da hoch? Keine Panik, nur keine Panik. Institut für Perfektion. Was ist Perfektion? Was ist das? Das ist Lou. Er ist der Perfekteste von allen. Willkommen im Institut für Perfektion. Hier finden nur die Besten ihr menschliches Gegenstück. Check bestanden, du bist perfekt. Check bestanden, du bist perfekt. Check nicht bestanden, du bist nicht perfekt. Ich habe kein Foto für dich. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ihr ausgestopften, hässlichen Stoffmobbel hier eine Chance habt. Ist wahrscheinlich besser, ihr geht dahin zurück, wo ihr herkommt. Zeige, wer du bist. Sind wir echt nicht gut genug für die große Welt? Doch, denn unsere Fehler machen uns einzigartig. Lächerlich. Dafür müssen wir kämpfen. Mach den ersten Schritt. Euch ist schon klar, Lou wird es euch super schwer machen. Na da sag ich, versuch's doch, Louis! Öffne jede Tür. Geh jetzt deinen Weg. Lebe dein Leben so wie du willst. Und vergiss nicht, sei. Sei wie du bist. Man muss uns einfach lieb haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Yeah, schüttel deinen Speck. Im Ernst? Und wer bist du, Püppi? Plattböne. Cool, eine, die so heißt, wie sie aussieht. Oder, Quasselkatze? Sei wie du bist. Ugly Dolls. Ab 3. Oktober nur im Kino. Lebe dein Leben so wie du willst. Und vergiss nicht, sei. Sei wie du bist.